Deutscher Erfolg zum Weltcup-Auftakt der Skidamen. In einem sensationellen zweiten Durchgang fuhr Martina Ertel beim Riedenslalon in österreichischen Sölden von Rang 17 auf Platz 1 vor. Der Weltcup-Sieg der Lengrieserin beendet eine fast zweijährige Durststrecke des DSV-Teams. Bundestrainer Wolfgang Mayer sprach danach von einem schönen Lebenszeichen. Die Norwegerin Andrine Flemmen wurde Zweiter.